die schauen wir uns doch mal an oh oh die werte steigen auf jeden fall gut ich hätte ihn dann halt nicht mehr als kliniker aber heilige das ist halt gutes zeug hier ne reisangs zauber spruch bei drei runden fügen die Inventarangriffe ins verbinden kritischen schaden zu yo warum nicht ok ok nehmen wir mal mit ne Frage ist nur wen mache ich denn jetzt zum kliniker ich brauche auf jeden fall einen kliniker für die heilung alberic ja alberic sieht zwar ziemlich komisch aus mit dem weißen gewand damit ist mir egal so ausrüstung du bekommst hier mal matthias zepter matthias zepter gut du brauchst noch ein buch alles okay jetzt wird fettigkeiten die will ich mir auch ansehen das ist mit fp retter ne geile kombiniert das ist mit fp retter neugierende kombination doppelt soviel schaden und verbraucht normale fp ja nehmen wir es nehmen wir kann ich mich von hier aus direkt teleportieren ja wäre das echt praktisch ja wäre das ist praktisch ja perfekt dann auf nach leismiel und hier dann zum schreien schreien der sternseherin ich denke mal dass wir ganz gut schaden machen werden jetzt mit cyrus ich meine er hat vorher schon schaden ohne ende gedrückt es wird jetzt wahrscheinlich noch mehr also es wird jetzt noch mehr nicht nur wahrscheinlich es wird definitiv noch mehr und das wird definitiv wehtun glücklicherweise nicht mehr ich mache das schnell es wird meine turn ok so du brest per in was das glückterries shall be du brest in Jetzt, was nächstes? So. Ja, ähm... Schauen wir doch mal, ne? Aua! Aua! Das... Ja, doch, das... Das tut ziemlich weh. Finde ich gut. Gefällt mir. So, na denn... In dem Schrein hatten wir ja auch nur geguckt, wie stark sind die Gegner... Wir hatten überhaupt geguckt, wie stark sind die Gegner, aber da bin ich direkt raus, als ich Gefahren Stufe 50 gesehen hatte. Oh, ich weiß es nicht mehr. Aber, ja... Mein Tag. Gut, äh... Schauen wir mal. Solche? Nö. Okay, war nur ne Idee. War nur so ne Idee. Wie... Ah, jetzt braucht er aber definitiv wieder mehr FP, als das, was er hat. Weil, äh... Naja... Naja... Er regeneriert jetzt halt recht wenig. Pro Runde. Und das finde ich dann nicht mehr so toll. Naja... Naja... So... Das geht auch schon mal besser. Hey, Bögen sind noch ein Sprecher. Perfekt. Das ist doch schön. So... Da haben wir noch ne Kiste. Was haben wir da so drin? Ein Lichtseelenstand. Aha. Okay. Dann meine Wien. Blitzempfindlich, ja? Ach Mist, ich hab die... Ich hab die Ausrüstung noch nicht angepasst. Naja... Ist dann halt so. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Äh... Oh... Keine Ahnung. GPG oder so. Okay. Äh... Äh... Ja, komm hier. So... Hier auch nochmal ein Zotter. Fertig. Nichts großartig Problematisches. Okay. Okay. Ah, ja... Wirklich lech im Kupoloki. Warum nicht? Mein Tag. Lass meine Aero fliegen in truth. Ich meine, ich hätte das eine Viech jetzt hier vorne rechts auch braken können, aber na... 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 Okay, der Untun hat halt echt wenig HP. Hm. Naja. Du hast das auch gar nicht mal. Mein Tag. Du... Nimm mal... Nimm mal sind mal beide ausländer. Einfach mal abkönnen. Naja. 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 was ist doch irgendwas eigentlich auch nicht mehr da kann ich dann auch mal überragende kraft noch mit einsetzen ich denke das ist so ganz gut hoffe ich an hannik sollte eigentlich keine gehen passiert ok der nächste optionale boss meine stimme halt in eurem kopf wieder seid gegrüßt ich bin stiora die sternseherin ihr wolltet die geheimnisse eingeführt werden die ich bewahre dann müsst ihr zuerst euren wert unter beweis stellen natürlich ok wir treten vor ja du hast auf jeden fall eine feuerschwäche du hast auch eine dolchschwäche das finde ich sehr schön physische reflexion das finde ich weniger schön das finde ich tatsächlich weniger schön ok das ist mir egal ok ok aua auch verwirrung verwirrung ist jetzt weniger cool yo ist klar ist vollkommen klar hier ja gut komm hier erstmal ne fragen wir hier erstmal ne frage ist kontert sie jetzt trotzdem noch offenbar nicht die kontert der kontert ist raus gut Gut. Was machen wir hier am besten? Ich gebe Therion, du. Garnat abfügt. So, der darf jetzt als erstes mal nicht weder muss. So, ok. Jetzt schauen wir mal, wo mein Passat ist. Keine Schwäche gerade. Ah ne, der wäre gleich auf Vorfeuer. Da bin ich mir bei der Reihenfolge nicht ganz sicher. Aber hey. Allerfangs aller Stürmer. So. Ok. 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 Das ist Donner. Das war verdammt wenig Scham. Ok. Kendi. Kendi. Hier. das war es schon mal nicht schade ach natürlich er hat ja auch einen verteidigungsbuff, den hatte ich gerade ein bisschen vergessen naja so, gut blitz Yes! Nice! Schlecht ihn getroffen. So. Da hat er Sterncamp... Ah, doch ein Problem, weil verwirrt. Okay. Oh, tschüss, Tharion. Äh, ganz ehrlich. Hier, Doppelgriss, ist wiederbelegen. Okay. Reicht für eine Vollheilung währenddessen, das ist gut zu wissen. Aus meiner Weg. So. 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 Äh. So. 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 darf doch hier noch ein bisschen drauf donnern nice so cyrus ist zwar nicht voll gebüßtet aber wie wäre es mit einem tenebrae operieren finde ich gut finde ich gut so du stehst bei den kfp das war ganz normal an weil ich gerade nichts bestes für dich zu tun so eine heilung zack sehr schön ok zwölf zwölf sind nämlich ok das war ein bisschen wenig was getroffen hat leider aber kein problem aber gar kein problem denn hand regelt so sehr schön So, dann kann ich mal noch ein paar GP zurück. Okay. So. Okay, erstmal mehr heilen. Nächste Runde kannst du dann bei Brennze Donner raus holen. Was nächstes? Ignis Ardair! Nicht schlecht. Ein Passwort. Perfekt, ey. Läuft doch. Noch eine frischende Barbelade. Yay. Und auch recht, da ihr eurem Welt geliehen habt. Überblicklich das Wissen des Himmels. Ihr habt die Sternseer-Klasse als Zweitlaufband freigeschaltet. Sehr gut. Haben wir jetzt wieder- Was ist vorne. Wissen. 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 Was ist vorne. Wie ist das?